hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen video ich glaube es ist mal wieder an der zeit dass ich einen kompletten workflow in lightroom zeige und zwar genau mit diesem bild hier und zwar möchte ich euch zeigen wie man von hier nach hier kommt viel spaß das hier ist jetzt also das ausgangsbild oder um ehrlich zu sein es gibt drei ausgangsbilder warum schauen wir uns bei diesem hier das ist die belichtung wie sie die kamera eingestellt hat fotografiert habe ich mit der alpha 6000 und wir haben hier eine 250 sekunde bei blende 4 weil ich wollte das hier von diese auslage eines blumengeschäftes die wollte ich unscharf haben und damit hatten wir dann ja iso 100 wie gesagt bei einer 250 pro sekunde und wenn wir uns das histogramm dazu anschauen dann stellen wir fest es ist sowohl im oberen als auch im unteren bereich naja ich sag mal schon angeschlagen und das ist auch das was ich auf der kamera gesehen habe und daher habe ich mich entschieden nicht nur einfach ein bild zu machen sondern eine hdr reihe und zwar mit einem jeweiligen unterschied von zwei blenden stufen das heißt wir haben hier einmal die ja ich sag mal automatische oder halbautomatische belichtung so wie sie die kamera gewählt hat 250 pro sekunde dann haben wir hier das gleiche bild noch mal mit einer 1000 sekunde das sind also zwei blenden stufen mehr 100 1 250 nach 1 500 ist eine und von 1 500 nach einem tausendstel ist die zweite blenden stufe hier haben wir jetzt natürlich den vordergrund sehr dunkel aber im himmel fangen wir allmählich an ja ich sag mal so ein bisschen was ein inhalt zu sehen es ist nicht einfach nur weiß aber noch nicht so sehr wie wir uns das eigentlich vorstellen oder wie ich mir das vorstelle aber schauen wir mal was nachher noch bei rauskommt und das dritte bild das ist dann dieses hier das ist dann entstanden mit einer 60 sekunde also auch wieder zwei blenden stufen von 250 zunächst mal auf 125 die erste blenden stufe und dann auf ein 60 weil ein 62,5 gibt es nicht und das ist dann die zweite blenden stufe und hier haben wir von hier alles schön ausbelichtet das passt alles wunderbar aber im hinteren bereich ist es natürlich total überstrahlt also fangen wir jetzt mal an erst mal die bilder zu einer hdr aufnahme zusammenzufügen dazu markiere ich mir alle drei rechtsklick zusammenfügen von fotos hdr damit landen wir zunächst mal in der vorschau von den einstellungen her ich habe automatisch ausrichten grundsätzlich angeklickt bzw markiert weil wie eigentlich meistens bei mir auch dieses bild ist freihand entstanden nicht mit dem stativ und da gibt es natürlich zwischen den einzelnen aufnahmen leichte verschiebungen bei den geister effekt beseitigungen habe ich jetzt mal auf niedrig gestellt einmal durch die mögliche bewegung der kamera und dann haben wir hier vorne pflanzen und hier ist auch ein bisschen pflanzen es war ein bisschen wind das sieht man na ja zumindest teilweise hier auch an den fähnchen das heißt da könnte sich was bewegt haben deswegen niedrig und überlagerung für geister effekt beseitigung anzeigen ist bei mir auch angeklickt ja damit ich sehen kann was da ist aber lightroom kommt mit solchen sachen eigentlich gut zurecht hier wird jetzt auch nichts angezeigt das heißt wir können jetzt einfach mal auf zusammenfügen klicken damit erhalten wir dann dieses bild und damit gehen wir ins entwickeln modul und fangen jetzt mal eine ganz klassische entwicklung an also wir wollen im himmel natürlich inhalte sehen wir wollen dass das hier von nicht so dunkel ist also zunächst mal relativ klassisch wir gehen mit den lichtern mal ganz nach unten und jetzt sehen wir auch schon hier passiert was wir kriegen nicht nur den blauen himmel zu sehen sondern auch streifen hier kondensstreifen verschiedene wolken und wir können da hinten naja zumindest mal erahnen dass der sonnenuntergang nicht weit weg sein kann und tatsächlich das schild hier ist ja auch schon an das war kurz vor dem sonnenuntergang genau aber es war ein bisschen zu später vielleicht wir haben das bild oder ich habe das bild mitte februar gemacht wenn ich anderthalb monate früher da gewesen wäre oder so dann wäre die sonne vielleicht da hinten untergegangen und am finalen bild was ihr vorhin gerade gesehen habt habt ihr gesehen genau das habe ich dann auch hier in lightroom gemacht das ist ja sagen wir mal so eine situation die man oft im urlaub erlebt man findet schöne foto motive aber man hat einfach nicht die gelegenheit und die zeit zum genau richtigen zeitpunkt genau an der richtigen stelle zu sein damit die sonne genau an der richtigen position untergeht und so weiter und so weiter das klappt meistens nicht oder oft nicht und wenn man nicht das glück hat sich irgendwo mal ganz gezielt nach kalender aufzuhalten oder viel viel zeit hat und lange da bleiben kann dann muss man einfach mit den gegebenheiten leben die man so vorfindet und daraus das beste machen und das machen wir jetzt lichter haben wir runter gefahren tiefen fahren wir mal nach oben so jetzt sehen wir hier von alles schön das gesamte bild ist jetzt zwar vom histogramm her gut sag ich mal aber für mich da das ja eine sonnenuntergangsstimmung werden soll ja deutlich zu hell das heißt ich gehe hier meiner belichtung gleich mal ein stückchen nach unten und dann setzen wir den weiß punkt und ich nehme jetzt mal nicht die alt taste sondern ich setze ihn ja nach gusto so wie es mir gefällt ich würde mal sagen dann machen wir hierhin und schwarz genauso ja wie stelle ich mir das ein ihr beobachtet vielleicht ich fahre dann in dem fall jetzt den schwarz regler leicht zurück und dann fange ich um die stelle herum an zu pendeln die in der nähe liegt wo es mir gefällt und durch diese pendelei arbeite ich mich dann dahin vor wo ich es letztendlich haben will und das ist in dem fall jetzt hier mit der klarheit gehen wir mal ein stückchen nach oben damit wir mehr von den feinstrukturen sehen können und wir haben ja hier noch eine spiegelung im fenster von dieser häuserzeile das möchte ich natürlich auch gut erkennen das heißt auch hier gehen wir mal nach oben dunst brauchen wir nicht zu entfernen dynamik und sättigung lasse ich jetzt erstmal so wie es ist objektiv korrektur profil korrektur ist schon aktiviert chromatische aberration entfernen schalte ich mir ein und dann können wir direkt zu den details gehen hier mal zum beispiel auf dieses schild ein bisschen ran zu um hier die richtige schärfe aufzuholen ich gehe mal durchaus auf 70 und dann maskieren wir bei gedrückter alt taste und schauen jetzt speziell mal in den himmel wir haben ein bisschen rauschen drin aber über die maskierung kriegen wir das leicht raus ich würde mal bis hierhin gehen und das bisschen rauschen mit ein kleines bisschen rauschreduzierung wieder wegnehmen schauen wir uns das bild noch mal ein groß an das sieht soweit ganz okay aus ich gehe noch mal zurück in die grundeinstellung weil was mir jetzt noch nicht gefällt ist ja die farbtemperatur ich würde die mal etwas mehr ins warme verschieben sonnenuntergangsstimmung eben naja so ungefähr sagen wir mal und dann gebe ich ein kleines bisschen magenta drauf aber nur ein kleines bisschen damit das ja ein bisschen einer sonnenuntergangsstimmung entspricht so hier gefällt mir jetzt eigentlich alles schon ganz gut was mir noch nicht so richtig gefällt ist der himmel im himmel haben wir blautöne drin also versuchen wir es mal mit hsl gehen hier mal auf die luminanz und gucken mal was passiert wenn wir die blautöne ein bisschen nach unten fahren da passiert ein kleines bisschen was weil die sättigung ist jetzt natürlich hier nicht besonders hoch das heißt wenn ich in der luminanz anfangen hier zu regeln kann ich auch nicht besonders viel erkennen können wir also mal auch für blau die sättigung ein kleines bisschen nach oben nehmen so erstmal so damit wäre die grundentwicklung beendet und im nächsten schritt gehen wir jetzt mal an den farblook dazu nutze ich besonders gern die kalibrierung und zwar verschiebe ich die primärwerte blau mal heftig ins die ins türkis ganz auf anschlag jetzt kommen hier natürlich auch rot töne raus aber die kriegen wir gleich wieder ein bisschen reduziert indem wir den primärwert rot in richtung orange schieben jetzt haben wir diesen orange tea look den ich besonders mag zur zeit aber er ist mir im moment jetzt so viel zu heftig das heißt hier würde ich auf jeden fall die sättigung reduzieren und wir haben ja hier in der kalibrierung auch sättigungsregler zu den einzelnen kanälen hier und jetzt schauen wir uns mal an beim rot ist mir insbesondere hier zu viel drin das heißt ich gehe mal hier ein stückchen nach unten in der sättigung um das etwas ausgewogener zu haben und bei dem blau beziehungsweise jetzt türkis gehen wir auch ein kleines bisschen nach unten so damit haben wir das thema farblook erledigt das ist natürlich wie so oft geschmackssache wir können jetzt hier noch ein kleines bisschen feintunen indem wir uns noch mal die temperatur anschauen ich gehe immer mehr in richtung warm gucken was dann passiert und man sieht schon jetzt fängt das bild ich gehe jetzt nach kalt natürlich zwischen türkis und orange hin und her wie soll ich sagen zu fluktuieren und ich suche mir jetzt hier mal eine neutrale zwischenstellung aus das hier vorne die blumen die können einem natürlich jetzt ein kleines bisschen zu dunkel sein auch der bereich hier das können wir zum beispiel über den radial filter ausgleichen setzen wir hier also mal ein radial filter drauf und zwar nur hierhin die weiche kante ist auf anschlag das heißt wir haben eine extrem weiche kante ich setze mit doppelklick auf effekte erstmal alles auf null und dann ziehen wir mal ganz langsam die belichtung hoch um davon zumindest mal einen kleinen lichtspot drauf zu kriegen und wir können es auch da noch ein bisschen wärmer machen weil da haben wir pflanzen was es auch immer sind ich glaube nelpen und das können wir hier ein bisschen freundlicher gestalten so aber jetzt endgültig das thema farblook ist damit für mich erst mal erledigt ich verzichte jetzt darauf hier oben das licht anzumachen was ich ja gerne tue aber im nächsten schritt lassen wir jetzt die sonne untergehen auch dazu nehmen wir uns ein radial filter und zwar möchte ich dass die sonne hier untergeht an der stelle das heißt wir nehmen jetzt hier erstmal den radial filter ziehen hier ein kreis auf bei gedrückter alt taste wird es auch wirklich ein kreis ungefähr so groß setzen den mal hierhin weiche kante immer noch auf anschlag ich setze erstmal wieder alles auf null damit man ausgangspunkt haben und jetzt ziehen wir mal die belichtung nach oben damit kriegen wir da hinten schon mal einen hellen fleck was die sonne im allgemeinen ist aber es soll sonnenuntergang sein also müssen wir den fleck auch noch ein bisschen an wärmen sozusagen das heißt wir gehen jetzt mit der temperatur wirklich relativ heftig nach oben und stellen uns das jetzt hier mal ja noch nicht ganz extrem ein aber schon ziemlich deutlich weil wir machen uns gleich noch mal eine kopie dieses radial filters das heißt wir verdoppeln sozusagen die einstellung jetzt an der stelle aber wir ziehen jetzt den radial filter wiederum bei gedrückter alt taste damit es gereist bleibt ein kleines stückchen auf damit die sonne die sonnenstrahlen hier noch ein kleines bisschen mehr rein strahlen das ist vielleicht schon zu viel das reduzieren wir jetzt noch mal ein stück über die belichtung so lang bis wir glauben dass wir eine realistische sonne hier hinten haben wenn uns die farbgebung an der stelle noch nicht gefällt können wir hier über farbe mal noch versuchen hier ein orange ton mit reinzubringen indem wir uns hier einfach mal so im bereich orange rot hier verschiedene varianten anklicken ja zum beispiel so so ich würde sagen es ist zeit mal für ein vorher nachher wir sind noch nicht ganz fertig aber wir gucken mal an wo wir eigentlich angefangen haben wir haben hier angefangen und wir sind jetzt nach einigen schritten wie man sieht hier gelandet wenn die sonne jetzt aber hier hinten rein scheint dann müssten wir das auf dieser häuserzeile hier sehen und das müssen wir noch tun das heißt wir nehmen uns jetzt diesen radial filter hier nochmal das heißt nochmal rechtsklick duplizieren dann schieben wir ihn mal hier rüber und jetzt ziehe ich ihn mal ganz in die länge und legen wir den jetzt mal hier auf die häuserzeile drauf das sind jetzt noch die einstellung die wir freuen für die sonne gemacht haben die sind wahrscheinlich ein bisschen zu heftig schauen wir gleich mal ob wir das vielleicht dann noch ein stückchen reduzieren aber erst mal müssen wir uns den hier sagen wir mal ein bisschen einstellen ja also das ist zu heftig das heißt ich gehe mal hier mit der belichtung ein stückchen nach unten nehmen auch die temperatur wieder ein bisschen in richtung kühl bisschen mehr licht so zum beispiel so das heißt wir haben jetzt den widerschein von der sonne hier in der häuserzeile drin das passt soweit aber diese häuserzeile spiegelt sich ja noch hier damit spiegelt sich auch dieser widerschein also nochmal duplizieren und dann holen wir uns den hier hin und passen den auf diese häuserzeile hier an so dass wir diesen lichtschein auch hier in der spiegelung mit drin haben das wirkt jetzt ein bisschen dunkler wie hier ist das schlüssig schauen wir uns mal hier den himmel an nämlich hier der vergleich auch der ist hier etwas dunkler weil die scheibe scheint getönt zu sein also macht es durchaus sinn dass auch der widerschein der sonne an der stelle ein kleines bisschen dunkler ist also können wir hier fertig sagen und damit würde ich sagen ist das bild fertig entwickelt das einzige worüber man jetzt noch nachdenken kann ist mir das zu wie soll ich sagen zu farbig und an der stelle würde ich einfach noch mal vorsichtig mit dem sättigungsregler spielen ich ziehe mal ein ganz kleines bisschen nach unten nicht zu sehr damit uns der effekt nicht verloren geht aber ich sage mal so minus sechs kommt der sache einigermaßen nah ja und damit sind wir fertig das heißt wir sind in lightroom aus einer hdr aufnahme die normalbelichtung sah so aus zu letztendlich diesem bild gekommen was wirklich für mich eine schöne sonnenuntergangsstimmung hat ich hoffe das hat euch wieder gefallen wenn ja dann hinterlassen wir doch gerne daumen nach oben wenn das das erste video ist das ihr auf meinem kanal seht dann schaut euch doch mal die anderen an und speziell zu lightroom gibt es eine komplette serie eine playlist namens lightroom basics schaut euch die mal an und wenn es euch gefallen hat dann abonniert doch meinen kanal und vergesst die glocke nicht wir sehen uns auf jeden fall wieder am nächsten donnerstag bis dahin viel spaß beim fotografieren bei der bildbearbeitung ciao musik musik nah die die e die 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 die